moin leute was geht hier ist wieder euer geist in dem heutigen video möchte ich euch zwei neue hidden spots mit jet auf der karte split zeigen doch bevor ich anfange möchte ich euch auf etwas aufmerksam machen leute und zwar haben über 92 prozent der zuschauer noch kein abo bei mir also falls euch dieses video gefallen sollte leute würde ich mich über jedes abo freuen so kommen wir nun zum video ihr geht auf der karte split mit jet auf a heaven dann könnt ihr hier oben drauf und zwar nimmt ihr hier euren anlauf leute also hier vorne springt ab und landet hier oben auf dieses leuchtende schild so das ist spot nummer eins leute wie ihr seht ganz easy ihr braucht nur eine q und ja für den zweiten spot leute braucht ihr zweimal eure kuh und zwar geht hier runter der zweite spot ist nämlich hier über der tür auch ein sehr guter spot womit keiner rechnet ihr springt ab zweimal und landet wieder auf dieses leuchtende schild so leute das war's das war's dann auch schon mit dem video falls euch das video gefallen hat dann lasst doch ein like da schreibt mir in die kommentare und ja wie gesagt leute wenn ihr noch kein abonnent seid könnt ihr an dieser stelle kostenlos abonnieren ansonsten würde ich sagen ciao und bis zum nächsten video